Hallo, hier ist die Claudia. Ich wollte jetzt gerade ein Video machen, weil ich jetzt gerade mich so freue, weil ich habe jetzt gerade mein monatliches Päckchen von doTERRA bekommen und ich freue mich immer wie ein Schneekönig und es ist so toll, weil ich habe das erst gerade bestellt, gestern haben sie es losgeschickt und heute ist es schon gekommen aus England mit DHL und das finde ich echt immer so super, dass es immer gleich ankommt und das wollte ich jetzt mit euch zusammen aufmachen. Also ich habe jetzt hier mein Päckchen, mal schauen, dass es groß ist, nicht so riesig, ich habe hier jetzt, was habe ich diesen Monat bestellt, mit einem kleinen Fläschchen, also ich habe hier Balance bestellt, Melaleuca, T-Bomb, Lavendel, die sind alle leer, die hatte ich ja alle schon vorher, jetzt noch nichts Neues eigentlich, jetzt Herr Ongard, ist ja eins meiner Lieblingsöle, jetzt gerade auch im Winter gewesen, also das ist einfach super, das hat uns so geholfen, gesund zu bleiben. Das hat eine Freundin bestellt, sehr gut, ähm, Zedern und was habe ich hier noch? Peppermint, ist auch so super, wenn ich immer Kopfweh habe oder so, dann nehme ich das. Dann, ja das auch, Pastens. Als ich mein erstes Set bekommen habe, war das dabei und das war das erste Öl, das ich je benutzt habe und zwar ist das so ein Roller und das kann man sich dann, ich mache das jetzt nicht auf, weil in dem anderen noch was drin ist, ich habe das schon noch bestellt, kann man auch, wenn man Spannungskopfschmerzen hat und so, ist ganz toll. Es kühlt dann so und dann wird es einem gleich besser. Hier, was ist jetzt hier? Das ist jetzt vielleicht irgendwelche Öle, die ich noch nicht vorher hatte. Ah doch, das ist Deep Blue und zwar, weil ich für 200 PW was bestellt habe, habe ich diesen Monat diese zwei Produkte umsonst bekommen. Das ist Deep Blue Rub und Deep Blue Öl und zwar nimmt man das, wenn man, ähm, zum Beispiel eine Verstauchung hat oder Muskelkater oder sowas, also dieses nicht, das darf man auch nicht einnehmen und das ist hier so eine Creme. Die Creme habe ich noch nie gehabt, das, ich hatte mir neulich mal auf den Finger geschnitten und alles war geschwollen, da hatte ich das schon aufgebraucht, ich hatte das drauf gemacht und das hat super geheilt und zwar habe ich das jetzt umsonst bekommen, diesen Monat, das ist 80 Euro wert und, ähm, das gilt noch bis Ende März. Jeden Monat gibt es so tolle Angebote, also ich habe das jetzt umsonst bekommen, kriege eigentlich jedes Mal was umsonst. Was diesen Monat, was ich umsonst noch bekommen habe, ist hier dieses große White Orange. Das kriegt man für, wenn man für 125 PW was bestellt, kriegt man noch das Produkt des Monats, wenn man beim Treuprogramm dabei ist, also ich kriege jeden Monat, ich habe an Weihnachten oder im Dezember hatte ich Frankincense, das kostet auch ungefähr 80 Euro, also man kriegt die ganze Zeit was umsonst, ich finde, das lohnt sich echt. Was habe ich denn hier? Ah ja, okay, das habe ich jetzt zum ersten Mal bestellt. Ich wusste gar nicht, dass es auch so ein Roller ist und zwar ist es Intune Focus Blend, wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ich probiere dann immer, ähm, jeden Monat bestelle ich dann was Neues, gerade jetzt auch wegen dieser Promotion wollte ich eben auch unbedingt für 200 PW was bestellen und dann habe ich eben das noch bestellt, aber insgesamt habe ich natürlich dann viel mehr Wert und das, äh, da freue ich mich auch, dass ich das ausprobieren kann. Und was ich hier noch habe, sind hier so zwei kleine Keychain-Täschchen und zwar kann man da einfach seine Lieblingsöle reinfüllen und dann kann man das so in die Handtasche mitnehmen und wenn man irgendwo ist und irgendwas hat, dann kann man das benutzen. Ich habe schon so eins, aber ich habe das, weil ich, äh, ich habe manchmal Bekannte, die interessieren sich dafür oder, ähm, wenn jemand mit mir Mitglied wird, dann gebe ich denen auch so eins umsonst. Und da habe ich jetzt schon mal zwei bestellt, dass ich immer was dabei habe. Und dann habe ich hier natürlich die Rechnung und dann steht hier jetzt nochmal, dass diesen Monat ist es Deep Blue Promotion, was ich eben schon bekommen habe. Dann gibt es das White Orange, was ich habe und das ist, ähm, On Guard, wenn man so, äh, das sind so, äh, Handwasch, ähm, Produkte. Das habe ich jetzt nicht bestellt, äh, aber, also das ist eben meine ganze Collection, was ich jetzt wieder habe. Mache ich jetzt erstmal alles wieder rein und dann, äh, kann ich nachher, weil ich habe jetzt auch in meinem, ähm, Keychain hier ein paar Sachen sind leer, ja, Kratz, Lavendel und das, das war mir ausgegangen, weil ich auch ein paar Freunden ein paar Proben gegeben habe. Und so kann ich alles wieder auffüllen und auch anderen Leuten wieder noch was, äh, teilen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, mit mir das Päckchen aufzumachen. Und ich mache dann noch weitere Videos. Bis bald! Ich wollte mich jetzt doch nochmal mit meinem Gesicht von euch verabschieden, weil das vorhin alles so abgeschnitten war. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ich auch eine Webseite habe. Äh, die Links sind hier alle angegeben. Und dort veröffentliche ich auch regelmäßig Blogposts und habe da allgemeine Informationen über doTERRA, wie man die Öle am besten kaufen kann und wie das alles funktioniert. Ihr könnt mir jederzeit gern schreiben. Ihr könnt auch hier einen Kommentar lassen und Fragen stellen und ich werde das gerne alles beantworten. Ich konnte jetzt natürlich nicht auf jedes einzelne Öl so genau eingehen und alles erklären. Und es gibt natürlich noch viel mehr Produkte. Ich wollte euch ja nur mal zeigen, dass ich das halt immer so schön finde, wenn ich da aufmache und dann immer was Neues noch dazu entdeckt und was halt dann, was ich noch nicht hatte. Und auch die Öle, die ich schon so kenne, ähm, da freue ich mich halt immer, wenn ich da noch mehr kriegen kann. Ich habe auch eine Facebook-Seite mit deutschen Informationen. Der Link wird hier auch angegeben sein. Und ich freue mich dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!